Weißt du, wie wir anfangen? Folgendermaßen. Prost, mein Schatz! Cheers! Prost, liebe Leute! Prost! Das hier an meiner Seite ist Ina Regen. Und das ist nicht nur eine meiner besten Freundinnen, sondern auch eine ganz, ganz tolle Künstlerin, Songwriterin, Pianistin aus Wien. Und wir sind jetzt gerade bei Ina Regen zu Hause. Ich durfte mich hier ausbreiten. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich bin hier eingezogen. Überall liegt mein Scheiß hier rum. Wir haben es uns saugemütig gemacht. Wir sind so hier auf Socken mäßig. Wie das so sein muss für beste Freundinnen-Tage. Exakt, exakt. Warum sitzen wir zusammen? Natürlich, weil wir uns schön einen reinlöten wollen. Richtig! Und das vorlaufender Kamer. Vorlaufender Kamer. Weil, because. Weil, because. Der Anlass ist natürlich Tote Dichter und Rotwein. Du hast es ja schon gehört, als einer der Ersten. Und ich liebe es. Und ich bin so glücklich, dass es jetzt endlich rauskommt, weil es liegt ja schon eine Weile. Ja, stimmt. Aber, gut, Ding will auch Weile haben. Aber ich befeiere dich schon jetzt und freue mich sehr, wenn ich es zu Tode streamen kann. Weil Tote Dichter. Tote Dichter. Ja, genau. Also der Song ist schon gut gereift, sozusagen. Wie so ein Wein. Muss auch. Ja, muss auch. Wir haben ja eh immer so Getränke-Sachen, ne? Richtig. Also du hast sowieso auch Getränke. Ja, also meinen Lyrics zufolge müsste ich ein Alkoholproblem haben. Doller als ich? Lyrics zufolge? Schnapp. Ich gewinne. Probably. Ob wir schlechter Einfluss füreinander sind. Entscheiden Sie selbst. Entscheiden Sie selbst. Nein, guck es uns nicht an. Wir rufen Sie an. Aber ich glaube schon, dass wir uns diese Affinität zu Dichtern, gerne auch dem Lebendigen. Und ja, gute Poesie, schönen Gedanken und gerne auch ein bisschen in diesen Wattepausch, den Alkohol halt manchmal auch auslöst, dass wir uns die Affinität dafür teilen. Manchmal so ein bisschen so eine angenehm puffernde Wirkung. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja dein Podcast. Hm. Weil der heißt ja folgendermaßen, man kann ja jetzt ein bisschen Werbung machen. Ja, der Podcast heißt Rotwein Plausch. Ist ein Philosophie-Podcast. Also wir philosophieren dort über das Leben. Und ist tatsächlich angelehnt an ein Lied, das wir beide gemeinsam geschrieben haben. Das unser erstes gemeinsames Lied war. Und dementsprechend auch die Marke zeichnet in meinem Leben für Schock, Verliebt, Entflinte. Zurück. Ganz toll. Das Lied heißt Lernen, wie man lebt. Und darin gibt es eben auch die Zeile. Im Rotweinrausch. Das singen es laut. Schreibe Lehrer über das Leben. Und aus dem Rotweinrausch, weil ich eben, es heißt ja nicht umsonst, in vino veritas, also mit so einem leicht gelockerten Gehirn und einer lebendigen Zunge redet man ein bisschen leichter über die Dinge, um die es wirklich geht im Leben. Und man verliert so ein bisschen die Schutzhüllen und kommt ein bisschen an die Substanz heran von allem. Und das versuche ich auch in meinem Podcast zu tun. Ja, am Ende sitzt man im Podcast und ist völlig enthemmt und empfindet sich wieder, wie man gerade irgendwie Oversharing betreibt. Aber es ist schön. Es macht Spaß. Hört euch das an. Ich finde es sehr, sehr toll. Ich war auch schon zu Gast. Ich wollte das gerade sagen, es gibt eine sehr schöne Folge mit dir, wo wir über unser gemeinsames Songwriting reden, über die Arbeit an meinem zweiten Album Rot. Und wie schön, dass wir seither auch an meinem dritten Album gemeinsam geschrieben haben und du an jedem Song mitgearbeitet hast. Echt an jedem? Ich danke dafür, ja. Aber jetzt zurück zu dir und zu deinem Song und zu Flinte. Flinte. Aber trotzdem nochmal ganz kurz Flinte und Ina Regenwahl. Noch mehr zum Thema Getränke. Wir haben einen gemeinsamen Song, der heißt Café und Chardonnay. Das muss man vielleicht auch noch kurz sagen. Ja. Der kommt bald. Der kommt im Frühling 23. So nämlich. So sieht das aus. So, jetzt haben wir richtig viel schon geschnattert. Weil eigentlich wollte ich ja von dir gerne, dass du mir ein paar Zeilen aus einem Lieblingsgedicht mitbringst. Ja. Eine tote Dichterin deiner Wahl. Ja. Und dass wir dann mal über diese Zeilen sprechen und uns dabei fühlen, wie das literarische Quartett zu zweit oder so. Ja. Intellekt. Warte, gut. Warte, springt nicht an, aber wir machen ja nichts. Ich hätte tatsächlich auch gerne eine Dichterin gefunden, aber letzten Endes ist es immer wieder dieses Gedicht, auf das ich zurückkomme. Und es ist von Goethe. Und es ist Selige Sehnsucht, heißt das Gedicht. Und die vier Zeilen, oder der Verdes, der mich so berührt und immer wieder erwischt und wahrscheinlich auch ein bisschen ein Lebensmotto von mir ist. Und das klingt jetzt düsterer, als ich es meine. Ich möchte dann erklären, warum das total schön ist und positiv ist. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Und warum ich das schön finde, eben weil der Titel ja sagt, Selige Sehnsucht. Ich finde, ein sehnsüchtiges, und damit meine ich ein neugieriges, lebenshungriges Leben zu führen, ist so der Inbegriff dessen, warum ich überhaupt existiere, glaube ich. Und warum ich das tue, was ich tue. Und warum ich auch in der Kunst das suche, was ich suche. Und weil Kunst machen ja sowieso, oder Musik schaffen, ja im besten Sinne sowieso immer wieder ist, mit jedem Lied neu erfinden. Und etwas Neues an sich und am Leben herausfinden. Und damit du etwas Neues finden kannst, musst du das Alte immer wieder bereit sein, zu zerreißen und aufzuopfern irgendwie. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Goethe hat vor ein paar hundert Jahren sich wohl schon ähnliche Gedanken gemacht, über wie geht das mit einem erfüllten Leben. Nämlich nicht nur, ich glaube, wir haben so Bilder im Kopf mit einer erfüllten Jugend und die wilden Teenager-Jahre. Und dann irgendwann streben wir, also manche von uns streben nach diesem und dann ist man erwachsen und dann hat man das Leben auch irgendwie so in the pocket und unter Kontrolle. Und ich glaube, durch dieses Gedicht nicht zuletzt habe ich auch herausgefunden, dass es darum gar nicht so sehr geht, dass man die Kontrolle über das Leben hat, sondern dass man sich dem Leben immer wieder auch so hingibt. Das ist ja auch eine Illusion. Eben. Kontrolle ist eine Illusion, ja. Haben wir kürzlich auch schon mal irgendwie eine Line geschrieben. Ja, richtig. Kommt in einem anderen Song vor. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Phönix-Gedanke. Sich auch selber als Persönlichkeit, aber auch so sich immer wieder neu entdecken wollen und erfinden dürfen. Und wahrscheinlich gibt es aber trotzdem eine Essenz, die man in jedem Lebensabschnitt mitnimmt. Was ich da auch verstehe, ist so durch die eigene Vergänglichkeit, ja durch die eigene Endlichkeit, sind wir ja eigentlich nur in der Lage, sozusagen das Jetzt und Hier richtig bewusst zu zelebrieren und zu sagen, oh ja, the time is now. Ja, genau. Wenn das nicht wäre, wenn wir alle unendlich alt würden, voll. Wie wäre es dann? Voll. Ich finde, das habe ich mir ja ein bisschen, also ohne, dass ich den Film so toll fand, aber Twilight und dieses, und du hast dein ewiges Leben und du bist ewig Teenager und dann schaust du dir die Zombies oder die Vampire an und denkst dir, gar nicht mal so geil. Das Film ist ja richtig langweilig. Ja. So, oh wow, jetzt bin ich zum 187.000 Mal verliebt. Und also so, wenn du nicht weißt, dass deine Jugend vergeht und dass eine Liebe vielleicht vergeht oder dass du Menschen, die dir lieb sind, verlieren wirst, an welchem Grund auch immer, wenn alles immer gleich bleiben würde, damit könnten wir, glaube ich, gar nicht so gut umgehen. Diesen Modus hat man ja eigentlich nur als Teenie vielleicht mal kurz. Ja. Also wo dir, als Kind vielleicht auch nicht, wo dir nicht so klar ist, das ist hier begrenzt. Mhm. Wo du halt das Gefühl hast, du hast ewig Zeit. Ja. Wo du gar nicht erwarten kannst, bis du endlich erwachsen bist. Ja. Ich weiß das schon noch. So als, an meinem 15. Geburtstag habe ich in mein Tagebuch geschrieben, ich bin jetzt erwachsen, verdammt. Gut. Und ich wollte unbedingt so ernst genommen werden, was ich mich ernst genommen habe schon als Teenager. Also ich habe ja jetzt schon eine Vier vorne und ich glaube, dieses Erwachsenwerden ist immer noch nicht so richtig passiert. Nein. Und ich mag das auch, dass das so ist. Ja, ich auch. Ich glaube auch dadurch, durch dieses Kunstschaffen behält man sich das vielleicht auch ein bisschen länger, möglicherweise. Ich glaube ja. Also ich habe so das Gefühl, auch die Menschen, mit denen wir uns umgeben beim Arbeiten. Ich vergesse auch immer, dass das Arbeit ist, obwohl es sich schon so anfühlt, aber gleichzeitig ist es zu schön für Arbeit. Ja, voll. Das ist irgendwie so ganz kirre. Total. Du sagst doch immer Berufskinder. Das finde ich so einen schönen Ausdruck irgendwie. Ja. Wir sind richtige Berufskinder. Ja, im besten Sinne. Also wir sind ja nicht verantwortungslos damit. So im Gegenteil, wir suchen ja nach ganz viel, was darf man denn und wie möchte man das denn sagen? Wovon profitieren denn andere, wenn sie das hören und so? Also da liegt es ja. Vielleicht war er ja, vielleicht wäre Güte auch ein Berufskind. Ich glaube, dass ja. Ja, ne? Ja. Der war ja auch wild unterwegs, ne? Da weiß ich gar nicht so gut drüber. Also Güte war ein richtiger Player. Ha! Der hat aber, er wurde genug gebumst. Ja, Männer mit Talent. So, trauen aber auch. Ja, eh. Ja, Talent ist halt schon auch sexier. Ja, huch! Ja, huch! Habe ich das auch gedacht? Oh, klar! Wie findest du denn, wenn Leute, also dir wird es ja sehr gerne gesagt, dass du eine Poetin bist, ne? Und ich finde, das stimmt auch. Wie ist das, wie ist das für dich? Dann denkst du dann, hm, weiß ich jetzt nicht, hm, ähm, bin ich Poetin oder ist das eher Poesiealbum? Na, ich, also, ich ziele schon nach der Poesie und ich freue mich, wenn ich da hin und wieder ins Schwarze treffe. Also, ich suche das auch, das stimmt schon. Ich muss dann aufpassen, dass ich nicht nach Poesie ziele und dann bei Pathos abrutsche. Pathos, schön cheesy. Ja, genau. Aber ich glaube schon, ich bin schon ein bisschen angetreten, um nach etwas zu suchen, das eben bleiben kann. Also, nach Wahrheiten oder Wahrhaftigkeit, die bleibt. Also, ich begeister mich extrem für Authentizität. Also, sowohl an mir, ich investiere da viel, ich will da irgendwie möglichst gerne schutzlos auch in die Bühne, auf die Bühne gehen. Ja, aber auch einen Haufen Mut, natürlich. Ja, richtig. Na klar. Also, man macht sich schon auch ein bisschen nackig, so, also die Seele nackig machen, aber man wird eben so schön dafür belohnt, finde ich, weil, also ich erlebe dann ganz viel Verbundenheit, wenn ich so in meinem Innersten grabe und eigentlich finde, oh, das ist ein bisschen zu org und vielleicht ein bisschen zu düster oder zu irgendwas, immer ist irgendwas zu. Und dann kommen Menschen und sagen, ich hab das auch. Und, und das ist dann doch irgendwie schön, wenn wir denken, wir müssten uns zensieren in unserem zu org sein und dann sagt jemand, das ist so schön, dass du das teilst und ich hab das auch. Ja. Und nach so etwas suche ich, glaube ich, in der Musik, weil die Musik mir immer, schon immer auch als Kind, noch bevor ich wusste, dass ich irgendwann Musikerin sein möchte, also bevor ich das denken konnte, habe ich das schon gefühlt und dass die Musik da immer irgendwie ein Ort war, wo für jedes zu Platz war. Ich liebe das, wie du das jetzt gesagt hast. Danke. Schöner kann man es eigentlich nicht beschließen hier. Komm, wir trinken jetzt Schwesternschaft. Wie geht das so? Ja. So, okay. Kuchen? Klar. Immer ja. Okay, ciao. Ciao, Leute.